Angelo Domenghini ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler und Trainer. Karriere Der Stürmer Domenghini begann seine Profikarriere 1961 bei Atalanta Bergamo. 1964 wechselte er zu Inter Mailand, wo er italienischer Nationalspieler wurde. Er gehörte zur italienischen Mannschaft, die die Fußball-Europameisterschaft 1968 gewann. 1969 wechselte er zum saattischen Klub Cagliari Calzico, wo er den zu Inter gewechselten Roberto Bonin-Schekner ersetzte. In der Nationalmannschaft spielte er mit seinem Klubkollegen Luigi Riva und Bonin-Schekner bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1970, wo er den einzigen Treffer für Italien in der Vorrunde beim 1-0-Sieg gegen Schweden erzielte. Dennoch wurde die Mannschaft Gruppensieger und erreichte nach dem Jahrhundertspiel gegen Deutschland das Finale, das gegen Brasilien mit 1-4 verloren ging. 1973 verließ er Cagliari und ging zu Ass-Rom. Die erfolgreichen Zeiten waren für Domenghini jedoch beendet. Für die Hauptstädter spielte er nur eine Saison und zog weiter zu Heias Verona. Nach 1976 spielte er nur noch für unterklassige Vereine und beendete 1979 seine Laufbahn.